Ihr wolltet schon immer mal wissen, wie man einen Bahnhof als Asset macht? Dann bleibt dran, bis nach dem Intro. Ja und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute mal wieder ein kleines Modding Tutorial von mir, da es schon oft angefragt wurde, hey, wie mache ich denn Bahnhöfe als Asset? Und heute möchte ich euch einen kleinen Einstieg in diesen Bereich machen. Wir fangen heute mit den ganz einfachen Formen an und werden dann höchstwahrscheinlich im nächsten Video übergehen zu einstellbaren Höhen, Breiten, alles mögliche, dass wir alles mal skalierbar machen. Aber wir fangen mal an und zwar suchen wir uns mal die Mods raus. So, hier sehen wir nun die Mods und wir nehmen einmal als Vorgabe den Jansch Containerkran Mod. Den benutze ich jetzt einfach, um euch das zu zeigen. Und als Beispiel möchten wir heute den Düsseldorfer Bahnhof als Asset machen. So, das Erste, was wir machen, also generell, was ich gern immer mache, ist, entweder möchtet ihr das gerne als extra Mod machen, das ist natürlich auch möglich, oder ihr fügt es direkt in den bestehenden Mod mit rein, so mache ich das immer gerne. Aber ich zeige euch das Ganze jetzt mal als extra Mod. Und zwar nehmen wir da die Vorgabe und da kopiere ich dann einfach einmal komplett den Ordner und nenne den jetzt zum Beispiel um in Juli, Düsseldorf. Ja, und dann mache ich noch eine 1, wichtig, die 1 oder irgendeine andere Zahl. Das ist auf jeden Fall wichtig. So, hier hätten wir nun den Mod. Als kleinen Tipp am Anfang, um das wiederzufinden, würde ich das natürlich hier, würde ich natürlich hier einen anderen Namen reinsetzen. Ich nenne das jetzt hier einfach mal Juli Düsseldorf Test. Ja, einfach bloß für mich. Um es dann natürlich auch noch zu finden, schreibe ich hier noch meinen Namen rein, weil ihr könnt ja in-game sowohl nach Mods als auch nach Namen suchen. Das tut mir leid, das war mein Handy. Das ist natürlich kein Problem. So, das ist das Erste. Und gut, alles andere können wir mal rauslöschen. Denn für ein Asset brauchen wir im Grunde nur eine Konstruktion. Das heißt, alle anderen Ordner schmeißen wir mal raus, bis auf die Textures, wenn ihr ein eigenes Symbol noch machen wollt. Das kann ich euch aber leider nicht erklären, weil ich bin nicht gut im Texturieren. Das tut mir furchtbar leid. Ich zeige euch heute die Descript-mäßige, aber ich finde diese blauen Punkte... Ja, also ich brauche nicht immer ein Symbol da zu stehen haben. So, also wir brauchen einen Ordner mit genau diesem Namen von Construction, nicht anders geschrieben oder sonst irgendwie. Dann könnt ihr natürlich lauter Menge Unterordner machen, aber ich mache dann immer gern Asset und schmeiße dann dort die Con rein und die nenne ich jetzt auch mal Juli und mache dann noch Düsseldorf hin. Ja, es dürfen im ganzen Spiel nie gleichnamige Construction-Dateien vorhanden sein. Ja, das ist natürlich auch wichtig, weil sonst würden die sich irgendwie überschreiben. Ja, dann können wir die Con mal öffnen. Fangen wir mal oben an. Wir haben Function-Data, muss immer drinstehen. Dann haben wir ein Return. Dort schreiben wir nun alles rein, was fürs Spiel wichtig ist. Dann fangen wir mal an mit einem Asset-Track. Es gibt einmal Asset-Track und einmal Asset-Default. Asset-Track sind Assets, die ans Gleis ansnappen und Asset-Default, welche die nicht ans Gleis ansnappen. So kann man das natürlich beschreiben. Als Name würde ich natürlich dann einmal den Düsseldorf... Könnt ihr irgendwie hinschreiben, wie ihr wollt. Düsseldorf Hauptbahnhof habe ich es genannt. Description würde ich leer lassen. Weil ihr es ja für euch selber macht, würde ich einfach mal 1850 eintragen. Der Build-Mode Multi-Categories. Könnt ihr euch raussuchen, wo ihr das gerne hinhaben möchtet. Ob ihr das in die Kategories Tracks haben möchtet. Dazu könnt ihr einfach mal hier euer Objektpinsel-Ding öffnen. Denn ich mache das immer gern in Buildings. Und wie gesagt, wenn ihr da selber noch welche öffnet, dann habt ihr hier auch so ein blaues Kästchen. Mich stört das persönlich nicht, weil ich ja persönlich weiß, was da drin ist. Aber ich habe das zum Beispiel jetzt in Buildings reingeschrieben. Das heißt, wir schreiben hier Buildings rein. Dann haben wir hier eine Sortier-Nummer. Ich mache hier immer gern 1 rein. Skip-Collision auf jeden Fall auf Ja. Und Auto-Removable auf Nein. Das würde ich im Grunde auch noch wichtig finden. Weil wenn wir da zum Beispiel jetzt Terrain angleichen würde, dann würde sich das erstens mal entfernen. Und Skip-Collision wäre auch scheiße, weil dann würde der dauerhaft eine Kollisionsabfrage machen. Ja, ist nicht so gut. Dann fangen wir an mit den Parametern. Dazu schreiben wir einmal diesen Text hier rein. Mit Key. Mit dem Key könnt ihr euch jetzt irgendwas hier raussuchen. Da könnt ihr zum Beispiel sagen... Hier könnt ihr irgendwas reinschreiben. Ihr könnt da auch 1, 2, 3 reinschreiben. Und dann der Name ist der, der angezeigt wird. Also Name wäre dann bei auswählbaren dann hier Farbe und Gasometer. Da würde ich dann jetzt einfach mal hinschreiben Gebäude. Und das hier wären sozusagen unsere Ziffern. Wenn ihr da das genau explizit hinschreiben möchtet, dann kann ich zum Beispiel jetzt beim Düsseldorfer sagen, okay, ich möchte einmal das Hauptgebäude. Und dann könnt ihr zum Beispiel auch noch sagen, das ist dann... Dann würde ich einfach weitermachen mit 1, 2, 3, 4. So würde ich natürlich anfangen. Damit ihr da mal am Anfang eine Übersicht habt. Besser gesagt, damit ihr mal alle Mods oder alle Models, die ihr braucht, reinladen könnt. Das könnt ihr danach dann immer noch umbenennen, wie ihr möchtet. Also ihr könnt dann hier auch ruhig reinschreiben, das ist der Hangar der linken Seite des rechten Bahnsteiges. Geht natürlich auch. Ist für mich jetzt fraglich, warum ich jetzt hier so einen langen Text reinschreiben möchte. Deshalb schreibe ich da immer gerne Zahlen rein. Und hier unten brauchen wir jetzt im Grunde nicht. Das würde dann erst später kommen, wenn wir das Ganze höheneinstellbar machen. Also löschen wir das Ganze mal raus. So. Dann machen wir weiter mit der UpdateFN. Da haben wir in den LocalResult haben wir bislang noch nichts drin. Das würde auch wiederkommen, wenn wir das Ganze einstellbar machen. Das wird, wie gesagt, im nächsten Video kommen. Dann kommen wir zu den Result Models. So, da haben wir if Parameters S.Portalgraden. Den gibt es ja nicht mehr. Das heißt, wir schreiben jetzt hierhin den Parameter 1, 2, 3. Ja, weil wir hier den Key 1, 2, 3 haben. Schreiben wir das so rein. Ist gleich, ist gleich 0. 0 heißt, wenn ich HG ausgewählt habe. Der zählt, das zeige ich euch gleich. Der zählt es nun hier hoch. 0, 1, 2, 3. Deshalb steht hier, ist gleich, ist gleich 0. 0, so, then, das kommt weg. Löse dieses Model auf. Und beende es. So schreibe ich das gern, damit es übersichtlich ist. Nee, Entschuldigung, stimmt nicht. Wir müssen das so schreiben, genau. Weil wir haben nur ein if. If and. So, da kommt rein Result.model.raute Result.model.plus1. So, jetzt haben wir hier unsere MTL. Die suchen wir nun in dem Bandion Tom-Bandion-Düsseldorf unter res-models-model. Da muss ich sagen, da habe ich mir extra einen Unterordner rausgesucht. Dieser Ordner existiert bei euch nicht. Macht alles, ist alles nicht so wichtig. Ihr könnt das Ganze natürlich auch über die Station laufen lassen. So, dann haben wir Station, Train, D-Dorf und dann haben wir hier unsere ganzen Models drin. So, damit ihr nicht alle reinladet, wäre es mal hilfreich, wenn ihr euch die Models mal anschaut. Dazu empfehle ich Blender. Da seht ihr dann wirklich, okay, das ist der und der Bahnsteig. Das ist eine Überdachung. Das ist das Gebäude. Einerseits A nachher für die Benennung natürlich und andererseits, um überhaupt herauszufinden, welche Models ihr alle braucht. So, ähm, genau. Das heißt, wir müssen das nun hier reinschreiben. Machen wir das mal auch so halb. So. Also, das Spiel möchte eine Model. Das heißt, wir sind schon mal in dem Ordner Models, Model drin. Das heißt, wir müssen nun angeben, dass wir nach Station, Strich Drain, Strich D-Dorf. So. Und jetzt suchen wir zum Beispiel raus D-D-Gebaude-Mitte. Wirklich kontrollieren, ob ihr das wirklich 1 zu 1 so hier reinschreibt. Und dann verwenden wir mal die normale Transformationsmatrix mit einer 1, 4 Nullen, einer 1, 4 Nullen, einer 1, 4 Nullen und einer 1. Und ich streiche jetzt mal das hier raus. Das brauchen wir noch nicht. So, damit haben wir nun dieses HG, was wir für das Hauptgebäude benannt haben. Haben wir gesagt, if Parameter 1, 2, 3, den haben wir hier. Ist gleich 0, 0 ist die erste Stelle. Dann, ähm, löse mir dieses Model aus. Dieses Model ist, wie gesagt, das Gebäude. Dann müssen wir den Text hier noch reinschreiben, damit wir keine Lane Terrainments haben. Das heißt, dass es, äh, dass es das Gelände nicht angleicht. Dann brauchen wir noch ein Region Result, End und nochmal ein End. So, das können wir natürlich mehrfach kopieren. Und zwar, wenn es nun weitergeht zu der 1, dann müssen wir hier natürlich eine Ist gleich Ist gleich 1 machen. und schreiben hier nun natürlich ein anderes Model rein, wie zum Beispiel Steig1-Dach, ja, Unterstrich L, Unterstrich M. Wenn ihr das nicht schreiben wollt, ihr könnt es einfach rüberkopieren. Ja, also ihr könnt es ja, ja, könnt ihr den Namen kopieren und dann hier hinten einfügen. Wenn man jetzt zum Beispiel nicht weiß, okay, das ist ein L oder das ist ein großes I, dann einfach den Namen rüberkopieren. Wie gesagt, Kommas sind sehr wichtig. Ansonsten würde das hier mal funktionieren. Ich habe hier oben dann ja auch noch die Position 2 und 3. Wenn ihr die auswählen würdet, jetzt würde das Spiel abschmieren, weil es ja nun nicht definiert ist. Wenn wir jetzt nun auf HG und 1 klicken würden, wäre das Ganze schon funktionell. Das zeige ich euch mal kurz und zwar speichern wir das Ganze mal ab und dann sehen wir uns ingame gleich wieder. So, da sind wir nun im Spiel und wenn wir jetzt hier zu dem Track Assets gehen, haben wir hier bei den Buildings haben wir irgendwo den Düsseldorfer Hauptbahnhof. Hier haben wir uns schon. So, und nun haben wir das Hauptgebäude als Asset bei uns drin. Und hier, wie gesagt, Bahnsteig 1 haben wir auch. Auf die 2 und die 3 kann ich ja gleich klicken. Dann werdet ihr sehen, dass da eine Fehlermeldung kommt. Aber wir können das Ganze hier ansnappen. Aber wie ihr schon seht, die Höhe passt noch nicht so ganz. Das werden wir im nächsten Video machen. Und genauso wie hier das einstellen, weil das ist natürlich jetzt blöd, weil der Bahnsteig jetzt uns genau über dem Gleis ist. Die ganze Einstellungssache werden wir dann im nächsten Video vornehmen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Wenn euch das ganze Projekt gefällt, dann lasst es mich doch wissen. Falls ihr noch weitere Wünsche habt, lasst es mich auch wissen. Ansonsten noch eine kleine Info zum Schluss. Und zwar könnt ihr bei dem Key keine Zahlen eintragen, sondern es müssen wirklich Buchstaben sein. Ich habe das gerade getestet. Da habe ich eine Fehlermeldung bekommen. Das geht nicht. Der Text für die Construction werde ich unten in die Infobox schreiben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, falls ihr weitere Probleme habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Dann können wir uns gerne mal privat treffen oder ich versuche euch, euch zu helfen. Das ist natürlich kein Problem. So, wie gesagt, im nächsten Video geht es dann um das Einstellen der Breite, um das Einstellen der Höhe. Würde mich freuen, wenn ihr dort wieder einschaltet. Und bis dahin, schönen Tag noch. Bis dann. Ciao.